Das ist Karl von Röder. Das ist schon ein anderes Land, du kommst ja nicht mit uns bei uns. Hey! Ach, Geschick gemacht. Das dauert ungefähr eine Viertelstunde. Das dauert ungefähr eine Viertelstunde. Nee, ich hab das Bein. Ich hab das Bein. Ich hab das Bein. Und links. Und links. Wir grillen nachher, ne? Und du hast ja dein Sparnspergel. Wo grillen wir? Sparnspergel. 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 Das ist auch so. Voll! Ja! 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 Das sind Knochenbundes. Gibt's da auch gemarten Fangen? Komm, wir spielen nicht. Es ist schon echt ein Viertelstunde. Mit dem Mund. subm корабle. Ich hab schon Angst, dass ich hier zum Strich der Land war. Ich hab schon Angst, dass ich hier zum Strich der Land war. Eier! Ein Minuten Freizeit! Herzlich Willkommen beim letzten Spiel für den CSG Wittenburg. Er steht 2 zu 2 in einer zweieinhalb gespielten Minute der Halbrechse. Wie wird es bisher Turniererster? Tritt in einer offensiv 5-1 Deckung an. Spielsaggetein. Ja, ich labere doch. Das hört das Ding. Der Halbrechse. Schön angepasst, spielt aber zurück überhalb links. Wird der Druck aufgebaut. Das kann nicht werden, das war geführt. Das war deutlich zu sehen. Und er akzeptiert die Entscheidung. Ich kann nicht die Elektrik. Mach mal wieder durchsagen, was von Maxi. Mutti fahr die. Und Oma. Entschuldigung, das ist hier Sport. Und ein schlechter Abschluss. Der war überhastet und zu schnell. Rechts oben. War nicht seine Schofrecke. Der Tor hat es gerochen. Bringt ihn mal schnell ins Spiel. Der Mittelmann in die zweite Relle läuft. In einem atemberaubenden Tempo. Und da kommt der Buckler. Und gleich da. Und der Tempo-G-Stoß. Die Kamerafrau kommt kaum hinterher. Schieb. 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 Nein, schieb. 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 Schön wironde im Kreis, aber gut verteidigt. Was? Ab wo Fehlentscheidung vom Schiri? Das kann doch nicht wahr sein, das war doch unterbeprägend. Stürmerfaul, sehr gut gesehen von Roberto, dem Schicksalfalle Schiri. Jetzt hätte er schon pfeifen können, mal Freiburg zumindest. Der Kommentator von All You Can Drink kann leider nicht mehr machen. Da brauchen wir keine Pferde-Pause. Er muss wieder seine Sörter, die Stimme ölen. Und Ronny auffallt rechts am Ball. Und Zinni hat den Ball, Zinni, Buckler gegen die Hand. Richtig gesehen, richtig gesehen. Er ist in seiner 70er Jahre drin. Wir sind in den 70ern hier stehen. Das verladen wir nicht, wo wir gerade sind. Und weiter geht's. Herbert zieht ab, Herbert zieht ab. Der Akkord! Der Akkord! Der Spätbeißer! Da war Eiszeit abgeflogen. Der Akkord jetzt hier! Der Akkord jetzt hier! So, da sind die wieder. Sind die wieder, sind die, sind die. Oh, hat einen so eleganten. Du, 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 du. Du, du, du. Mensch, 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 Mensch. Mensch, Mensch, Mensch? Ich glaube, das ist Mensch, Mensch. Ich habe ihn nicht erkannt, aber er ist er wirklich. Menk heißt er doch. Menk. Menk. Er hat auch ein paar Schauer gespielt. Er hat auch noch ein Pflicht. Menk. Er war stolz. Ja, hier der Siegel. Wir spielen Ruppe. Der kleine Wupps. Nö, jetzt will ich es nicht mehr mit dem Träger reifen. Der kleine Wuppe. Das ist die Bocke. Oh. Oh. Steck mal Ihr Tücher. Oh. 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 Ist doch einfach, Mann. Ich gehl dir eine Hose auf. Oh. 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 Komm, 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 komm! Leider geil. Ruhig! Ja! Sieh! Ja! 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 Jene! Ja! Mit. Jene. Ruhig! Iren. Aua, bist du beginnt? Oh! 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 Hallo, hallo! Halleluja! Hey! 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 Rune Karte! Hey! Komm mal rein! Ja! Trau dich, trau dich! Pass auf, pass auf, pass auf! Ein bisschen mehr und hier noch ein kleines und etwas mehr und hier 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 mit Kriels und hier Inzwischen das Spiel gedreht, führt mittlerweile... Ist das ein 7-5? Ja. 7-5 steht zur Knie. Die wird 5 Minuten spielen. Jetzt laufen die letzten 5 Minuten im 1. Erste. Wiederholts. Fingys gefallen! Holt den Siehmeter raus, die 2 Minuten. Und die rote Knochen! Die haben von Roberto und der ist bekannt. Und Gapings rüber ausziehen! Wieder mal rot. Oder nicht. Trotz der Knochen. So fing das andere Ding auch an. So fing das andere auch an. Das war Übertritt. So. So fing das noch an. So fing das an. So fing das an. So fing das an. Oh, das war so anstrengend. Oh, das ist gut. Das macht ja alles. Das geht ja eigentlich alles. Ja, das geht ja auch anstecken. Ja, das geht ja auch anstrengend. Oh, das war so. Oh, das war so. Oh, das war so. Oh, das war so. Amo! Was stimmt denn mit der Hand? Wollt ihr ihn hier behalten? Nehmt euch doch ins Zimmer! Ich bekomme nicht so viel vom Spiel mit, aber ich seh hier immer nur, dass die Schiegel treibt. Das siehst du, ja? Ja. Nein. Raus du! Das mach ich. Und jetzt sind wir wieder live drauf, die letzten zwei Minuten. Es steht 0 zu 9 auf einmal. 1-0! 3-0! 3-0! 3-0! 3-0! 3-0! 3-0! Es kommt immer als Schmiede. Denn man muss noch mal schlafen. Ja. 3-0! 2-0! 4-0! 2-0! 6-0! 3-0! Guck mal raus! Komm, Junge! Alles klar, da stehen die wahre Loppe. Das ist aber auch das andere. Das war auffällig im... Ja, ich bin ein. Der ist immer so. Ja! Obwohl ich jeden kriege. Drei, komm! Der Kommentar ist heute zum Ende. Der spielt sich gleich. Nein, letzte Minute. Er, wie es so schön heißt. Der muss werfen, der muss auch sitzen. Schritte! Das war Schritte! Man merkt, wie Schiedslinge möchten, dass die Heimmannschaft das Ding hier gewinnt. Normalerweise muss die Kugel schon mit fünf Toren mindestens vorkommt. Aber der Kugel wäre heiß in Wittenburg im Spiel. Unlauterer Wettbewerb, nenne ich das. Wenn die Heimspieler hier frei fliehen. War nicht. War nicht. Nein, hat keiner gesehen. Aber im Henk macht das. Raufgefallen, raufgefallen! Nein! Der ist unterliegen hier! So was hab ich noch nie auf einem Westdeutschlandballturnier gesehen. Das muss man gesagt, ey. Und jetzt auch die Fans, die sagen, von den Fans, das muss man sich annehmen. Das gibt's nur recht. Letzte Runde. Prost jetzt! Mein Name ist übrigens Julian Rotacker. Oh nein! Moppel! Seid tot! Mappel! Zwei Jahre noch. Wie bei deiner Ex-Use. Wie bei deiner Ex-Use. Fünf. 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 Ohhhhhhhh! Ohhhhhhh! 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 Haben wir gewonnen? Dann gibt es dir auch einen schönen... Ich nehme alles wieder zurück!